Im ersten Semester befassen wir uns mit den Grundlagen des Marketings. Dazu gehört das Thema Marktforschung in qualitativer wie quantitativer Hinsicht und daneben natürlich auch Statistik. Dazu kommen dann Inhalte aus dem Bereich strategisches Marketing, wo man verschiedene Theorien kennenlernt und verschiedene Prinzipien kennenlernt, wie man Marketingstrategien aufbauen kann. Das Thema Markenmanagement spielt dort eine große Rolle und daneben das Grundrüstzeug aus dem Bereich Kommunikation wie integrierte Kommunikation oder klassische Werbung. Im zweiten Semester geht es dann um Spezialthemen. Dazu gehört natürlich auch die Digitalisierung, die eine sehr große Rolle für uns spielt. Wir haben ein Modul, das sich mit E-Commerce, E-Marketing, Online Advertising und auch mit dem Bereich Mobile Marketing befasst. Im Bereich Mobile wird aufgrund der Bedeutung der mobilen Endgeräte immer wichtiger. Dazu kommen dann noch Spezialthemen wie Public Relations, Event, Product Placement und das rundet das Ganze dann ab. Im dritten Semester sind Sie dann an einer unserer Partnerhochschulen, wo Sie die Möglichkeit haben, aus dem jeweiligen Angebot der dortigen Hochschule die passenden Veranstaltungen herauszusuchen. Im vierten Semester wird dann hier bei uns vor Ort die Masterarbeit geschrieben zu einem Thema, dass man sich im Grunde frei ausdeckt.